Das ist die Frage nach diesen ominösen Amselsterben dieses Jahr. Das ist eine tote Amsel, die habe ich gefunden, habe sie in eine Tüte reingepackt und da geht momentan der Usutu-Virus, wie er heißt, um. Deswegen sterben die Amseln. Die könnte ich jetzt einschicken in irgendein Amt und dann käme raus, dass er ein Virus hat. Und dann sitzt die Ampel der Amsel da oben auf dem Dach oder da und das ist jetzt dieses Jahr ganz still, weil die massenhaft aussterben.